Der Ort Attersi stand ganz im Zeichen der bäuerlichen Festracht. Abordnungen aus ganz Oberösterreich zeigten neben Festrachten auch den entsprechenden festlichen Kopfschmuck. Die Art, wie Kopftücher gebunden werden, verrät dem Herkunftsort der Trägerin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Nein! Und wir stellen auch jetzt eine Töcknung auf, sondern jetzt müssen wir noch ein Töcknummern. Und wir sind auch verschnallt. Mein Schirm ist eh nicht entwiegen, ne? Ich bin ein Schirm, das ist ein Schirm. Musik Nein, es geht nicht. Wir hängen zusammen. Eine links, eine rechts. Applaus 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 Vielen Dank.